Kapitel 6 in der Höhle des Löwen. Thailand im Frühjahr des Jahres 1992. Die Sonne strahlte über ganz Bangkok. Die Wassercontainer auf den Dächern der Häuser erwärmten sich und die Menschen in den Straßen der Stadt suchten den Schatten. In den Büros lärmten entweder klapprige Ventilatoren oder Klimaanlagen soten monoton vor sich hin. In einem Büro im höchsten Gebäude von Bangkok wurde in diesem Moment die Jalousie automatisch hochgefahren. Die Strahlen der Sonne trafen auf den Fußboden des Büros, wurden schwach reflektiert und nahmen der Einrichtung langsam den Mattentown, während die Jalousie immer weiter hoch fuhr. Das Büro füllte sich mit Farben. Ein großer Schreibtisch stand vor dem Fenster. An den Wänden hingen Bilder von Gottheiten neben Trophäen von Tieren, deren Hörner so blankpoliert waren, dass das eintreffende Licht einem Begrüßungstanz auf ihnen zu tanzen schien. Im Büro standen weiterhin mehrere detaillierte Miniaturmodelle von Städten. Einige waren nur mit grauen Klötzchen bestückt, andere hingegen komplett mit farbigen Modellbausätzen ausgestattet. Auf einem der Modelle stand Neubangkok. Von draußen hörte man Stimmen. Die Tür öffnete sich und General M. Baisen trat ein. Er war der Ausrichter des Turniers. Ihm folgte ein Hühne mit einem sehr breiten Kreuz und einer Augenklappe. Das war Sagat, ein Untergebener von Baisen. Sie gingen zu einem Konferenztisch, auf dem ein kleiner Globus stand. Erst nahm Baisenplatz, dann setzte sich Sagat. Sagat, weshalb wolltest du mich so dringend sprechen? Herr General, es geht um das Turnier. Das Turnier? Das Turnier, es kann beginnen. Du kleine fleißige Arbeitsbiene, überraschst mich. Ich hielt es schon nicht mehr für möglich. Zangiefs Zusage hat mich soeben erreicht. Wir werden nun die erforderlichen acht Teilnehmer für das Turnier Street Fighter II, The Vault Warrior, zusammen haben. Zangief, diese ganze Mühe, diese verdammten Umstände. Wie hieß der Russel noch, der zuerst teilnehmen sollte, der da bei dem Helikopterabsturz ums Leben gekommen ist? Das war Wodka Gobalski. Gobalski, endlich bist du ersetzbar geworden. Ich habe Zangief in Kasachstan aufgespürt. Er lebt zurückgezogen und trainiert sehr hart. Mit seiner Antwort hat er sich sehr, sehr lange Zeit gelassen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wir können mit der Ausrichtung des Turniers beginnen. Alle acht Teilnehmer haben zugesagt. Es kann beginnen. Hier ist die Teilnehmerliste. Acht Teilnehmer aus aller Welt, die nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Zagat, lies die Namen vor. Als erstes Ken Masters. Ken Masters. Der junge Yankee, oder? Trotzdem er so ein Snob ist, hat er es doch zu einem hervorragenden Kämpfer gebracht. Was hat er eigentlich nach dem Gewinn der letzten US-Meisterschaften gemacht? Er hat sich einen neuen Meister gesucht, ist nach Japan gezogen und trainiert seitdem in der Nähe von Tokio. Unser kleiner Ken, ich glaube, der Aufenthalt dort hielt einige Überraschungen für ihn bereit. Hä? Ich verstehe nicht. Ach, das macht nichts. Der nächste Name. Die einzige Teilnehmerin? Chong Li. Ah. Unsere kleine chinesische Schönheit, die keinen blassen Schimmer davon hat, dass ich bestens über ihre Ermittlungen gegen mich informiert bin. Sie denkt, ich habe ihren Vater umgebracht. Ach, ich weiß nicht. Kann sein, dass sie recht hat. Zum Glück veranstalten nicht alle Töchter, deren Väter ich umgebracht habe, ein solches Theater. Wer ist der nächste Teilnehmer? Äh, dieser Blanka. Blanka. Früher auch Charlie genannt, oder? Mein erster Versuch, einen neuen Soldaten zu schaffen. Aus dem tapferen Ledernacken Charlie wurde das grüne Dschungelmonster Blanka. Schon erstaunlich, was eine Gehirnwäsche und etwas Genserum so auslösen können. Und nun raten Sie mal, wer der Nächste auf der Liste ist. Stichwort, wir lassen niemanden zurück. Kann nicht wahr sein. Geil. Immer noch auf der Suche nach seinem Kameraden Charlie. Äh, Blanka. Ha, 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 ha. Der fünfte Teilnehmer, Edmondo Honda. Honda. Na, sagt mir gar nichts. Äh, so ein ungeschlagener Sumoringer aus Japan. Er arbeitet nebenbei als Koch. Koch? Dann soll er doch diesem abgemagerten Inder etwas Schönes auf den Teller zaubern. Der ist doch auch dabei, oder? Richtig, Gandhi. Äh, Dalsim. Ebenfalls ein Teilnehmer in unserem Turnier. Der einzige Kämpfer, der es geschafft hat, nicht nur seinen Geist zu erweitern. Seine Arme und Beine soll er bei Schlägen und Tritten bis auf das Doppelte ausdehnen können. Mangelnde Stärke gleicht er durch enorme Reichweite aus. Eine wirklich interessante Entwicklung, die dieser Inder da durchgemacht hat. Kommen wir zum siebten Teilnehmer. So eben erst bestätigt, Viktor Zangiv. Zangiv. Das Schicksal hat dir deine Chance genommen. Ich gebe sie dir zurück. Und jetzt der Letzte auf der Liste. Ach, ich will es gar nicht erst hören. Ich habe mich schon gefragt, wann du endlich damit rausrückst. Ryu. Ryu. Ryu, dieser Ryu. Hätte er nicht das Street Fighter 1 Turnier gewonnen, müssten wir ihn nicht einladen. Ich kann es nicht fassen. Ich hatte dir aufgetragen, ihn aus dem Weg zu räumen. Stattdessen schlägt er dir ein Auge aus. Ich will, dass Vega und Balrog diesen Ryu aus dem Weg räumen. Herr General, nehmen Sie mir nicht meine Chance auf eine Revanche. Revanche? Wäre Ryu nicht so ehrenvoll, dann wärst du schon lange tot. Und ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Du willst es wirklich noch einmal mit Ryu aufnehmen? Dem Mann, der unseren Plan beim ersten Turnier durchkreuzte? Genau das ist mein Wunsch. Sieh dich doch an, Saga. Du rennst gegen Ryu mit einer Augenklappe herum. Willst du auch noch dein zweites Auge verlieren? General, ich habe aus meiner Niederlage gelernt. Nichts hast du gelernt. Im Gegenteil. Du hast vergessen, warum wir dieses Turnier ausrichten. Unsere hohlen Versprechungen von Ruhm und Ehre, die wir den Teilnehmern machen, scheinen dich ebenfalls zu verblenden. Du fällst auf unsere eigene Propaganda rein. Saga, wir wollen hier nicht wirklich ein ehrenvolles Turnier abhalten. Wir ködern die besten Kämpfer der Welt, um aus ihrer aller Stärken nicht nur eine neue Form der Kampfkunst zu schaffen, sondern einen neuen Menschen. Einen künstlich geschaffenen Supersoldaten, mit dem wir die Weltherrschaft an uns reißen wollen. Letztes Kapitel. Zurück in der Realität. Berlin, Anfang 92. Der Globus drehte sich noch eine ganze Weile weiter. Bevor er ganz zum Stehen gekommen war, wurde den beiden Gamern klar, dass sie noch immer vor ihrem kleinen, flackernden Fernseher inmitten von Berlin saßen. Mittlerweile war es Abend geworden und der Counter zeigte den unglaublichen Wert von 1000 Kämpfen an. Beide waren total erschöpft. Doch ob sie wollten oder nicht, der Sieger dieses ersten Berliner Streetfighter-Turniers musste in einem alles entscheidenden Kampf gefunden werden. Es gab keinen anderen Weg. Der Kampf begann ruhig. Zunächst wollte niemand die Initiative ergreifen, doch schnell begann das Geschehen an Dynamik zu gewinnen. Und so kam es, wie es kommen musste. Es waren nur noch wenige Sekunden zu kämpfen in diesem Kampf. Und beide hatten nur noch sehr wenig Energie übrig. Ken hatte es jedoch geschafft, ein wenig Platz zwischen sich und Zangief zu bringen und hatte daher den Vorteil auf seiner Seite. Plötzlich schrie er Hadouken, worauf sich ein Feuerball in seinen Händen zu bilden begann und sich unaufhaltsam den Weg in Zangifs Gesicht zu bahnen schien. Nur Augenblicke später, noch während der Feuerball unterwegs war, folgte ein Kents verlichtender Flugtritt, der sich jetzt als klarer Gewinner sah. Doch statt sich in Sicherheit zu bringen, sah Ken seine Chance gekommen. Er wich dem, äh, sah Zangief seine Chance gekommen. Er wich dem Feuerball gekonnt aus, griff Ken in der Luft, klemmte sich dessen Kopf zwischen die Schenkel und sprang mit ihm in die Luft. Diesen Spinning Piledriver, denn so heißt Zangiefs Technik, in dieser Situation zu bringen, ist eine dieser Bewegungen, die auf die zehntel Sekunde genau ausgeführt werden müssen und nur einmal bei tausend Versuchen wirklich funktioniert. Und als die Aufschrift KO auf dem Bildschirm erschien, wussten beide, dass der Kampf gelaufen war, was von Kämpfsspielern mit einem lauten Du Arsch, haha, quittiert wurde. Dann herrschte Stelle. Nach Minuten des Schweigens begann sich bei dem langsamen, wieder in der Realität zurechtzufinden. Genau wussten sie nicht, was eben passiert war. Nur eines war ihnen klar. Sie hatten gerade ein etwas Großes im Teil gehabt, was sie für den Rest ihres Lebens nicht mehr loslassen sollte. Und das war Street Fighter II. The World Warfare. Danke. Vielen Dank. Es gibt jetzt so 20 Minuten Pause und dann wird der Felix Müller seit der Saatmen gekommen, wenn wir uns in der Saatieren sind. Das ist noch nirgendwo. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020